Pippi. Was? Guck mal auf Pippi. Pippi. Ey Sonni! Aber der Marcel! Der Marcel, ne? Ja. Ey. Was war das? Schein schon zu haben. Boah, ich kopp ihn. Ey, alter Schwede! Ey, kannst du mir mal sagen, wenn ich das ins Bett mach? Ey, wann muss man zur Kieße? Sonni? Ey, ich schieße dir meine E-Mail. Wem? Wem? Wer? Wer ist das? Wer? Und Andi. Wer? Axel. Was? Ey, jetzt mal ohne Scheiß. Ich hab den Marcel nicht. Was?